Mein Name ist Christiana Grossenbacher und ich komme aus der Schweiz. Am Anfang dieses Kurses war ich enorm skeptisch und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Kurs bei mir so viel bringen würde. Doch nach diesen 10 Tagen kann ich nun fließend und klar sprechen und habe ein enormes Selbstbewusstsein dazubekommen. Fantastisch. Dankeschön und viel Spaß nach dem Kurs.